Diese Sendung widmet Ihnen die BWAK-Unternehmensgruppe. Der DTV-Schredder ist eine Kombination aus Kettenfahrzeug, Skateboard und Motorrad. Ein optimales Freizeitgerät, das ursprünglich für den militärischen Einsatz im unwegsamen Gelände entwickelt wurde. Der DTV-Schredder fährt bis zu 50 km pro Stunde, schafft 40 Grad Steigungen, wendet in einem Radius von nur 1,2 Metern und lässt sich sogar fernsteuern. Diese Sendung widmete Ihnen die BWAK-Unternehmensgruppe.